Wie kann man den Weg, wie man auf digitalem Weg durch Rechnungen und Verwendung von Arcus Tangens interpolieren kann, das heißt genauere Positionen bestimmen kann, als der Maßstab hergeben wird. Und wir wissen, der Ausgangspunkt unseres Systems sind sich wiederholende periodische Signale U-Sinus und U-Ko-U-Sinus. Jetzt ist die Frage, was wollen wir eigentlich? Wir haben eine inkrementelle Wegnessung, das heißt, was wir eigentlich wollen, sind laute Inkremente, das heißt laute Impulse. Und weil wir dieses Wissen über Sinus und Kosinus haben, wollen wir eigentlich Signale, die deutlich feiner unterteilt sind als die Periode. Das heißt, wir wollen zum einen hier zum Beispiel ein Signal A und was wir natürlich auch wollen, ein um 90 Grad phasenverschobenes Signal B. Hier, 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 hier. So, wenn man am PC kann man Arcus Tangens verwenden und den ausrechnen, ist kein Problem. Da müssen wir uns jetzt nicht unbedingt um die Impulse kümmern. Wollen wir aber ein Wegmesssystem erschaffen, das einfach diese Impulse liefert und zwar aufgrund von dem Magnetmaßstab und das alles integriert in einem einzelnen Sensor. Wäre es jetzt interessant, wie man auf schaltungstechnischem Weg aus diesen Sinus- und Kosinus-Signalen diese feine Unterteilung hier erreichen kann. Gut, eine Sache wissen wir, wir haben Nullstellen von Sinus und Kosinus. Die können wir eigentlich direkt bestimmen. Wie können wir die direkt bestimmen? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir kennen die Schaltung dazu schon. Das ist einfach ein Komparator. Das bedeutet, wir nehmen hier zum Beispiel das Sinus-Signal und kriegen hier die Nullstellen bei Null Grad raus, wenn wir hier das Sinus-Signal anlegen. Und wenn wir hier das Kosinus-Signal anlegen, die Nullstellen bei 90 Grad. Das heißt, immer da wird dieses Komparator-Signal umschalten. Hier diese Nomenklatur, K-Beta, Beta steht für den Winkel, bei dem das Signal springt. Nach oben oder nach unten ist Betrachtungs- und Ermessenssache, aber bei diesem Winkel springt das Signal. Das heißt, da kann ich irgendwie ein Inkrement zählen. Sehr schön, für 0 und 90 Grad. Jetzt wollen wir das aber auch für andere Winkel haben. Das heißt, für beliebige Winkel Beta. Und auch das funktioniert relativ einfach. Wir bauen uns die Schaltung etwas aufwendiger auf, aber auch nicht deutlich aufwendiger. Wieder mit einem Operationsverstärker hier hinten, den wir wie einen Komparator betreiben. Bei dem wir aber, K-Beta soll ja rauskommen, eine Summe der beiden Eingangssignale, Kosinus- und Sinus-Signale anschließen. Das heißt, wir haben hier einmal gegen die Erde das Sinus-Signal und hier einmal gegen die Erde das Kosinus-Signal. Sehr gut, hier hinten kriegen wir eine Spannung U-Beta, wenn wir wollen. Brauchen wir gar nicht näher betrachten. Wenn man sich das genau anschaut, die Superposition der beiden Spannungen hier betrachtet und dann darüber nachdenkt, was man hier hinten haben will, kriegt man einen Zusammenhang. Und der ist das, dass R1 mal Kosinus-Beta für den Sprung, der Komparator, der hat einen Sprung. Und für diese Sprungbedingung müssen wir quasi hier diese beiden Spannungsanteile gleichsetzen. Und die Bedingung, die sich ergibt, ist, dass der R1 mal Kosinus-Beta gleich R2 mal Sinus-Beta sein muss. Warum Kosinus-Beta und Sinus-Beta, das bestimmen wir. Wir sagen, wir sind in der Phase Beta in unserer Funktion für U-Sinus und U-Cosinus. Wir wissen, dass das Amplitude mal Kosinus ist, beziehungsweise Amplitude mal Sinus ist. Und jetzt sagen wir einfach das Amplitude mal Kosinus-Beta und Amplitude mal Sinus-Beta, weil wir genau bei Beta einen Sprung haben müssen. Das heißt, genau da muss diese Spannung gegenüber dem Nullpotenzial der Erde einen Sprung machen. Das heißt, die beiden Anteile müssen sich zu Null addieren quasi, beziehungsweise gegenüber der Erde hier zu Null addieren, die Spannungen hier. Und hier sieht man genau die Bedingung, die erfüllt werden muss, damit wir hier hinten einen Sprung bekommen. Baut man das um, hat man jetzt alle Möglichkeiten. Man kann hier jetzt schon nach Kombinationen von R1 und R2 suchen, wo zusammen mit Beta irgendwie Null ergeben. Man kann es aber auch noch weiter umbauen und sagen, R1 muss minus R2 mal Tangens-Beta sein. Und jetzt hat man eine eindeutige Anweisung. Man setzt hier zum Beispiel 45 Grad ein. Man will jetzt also K von 45 Grad haben, einen Sprung bei 45 Grad. Setzen wir hier ein, der Tangens von 45 Grad, das kann man ausrechnen und weiß, wie R1 mit R2 zusammenhängen muss. Wählt R2 mit einem Kiloohm zum Beispiel und weiß, wie R1 gewählt werden muss hier drinnen, um einen Sprung genau bei 45 Grad zu erhalten. Das kann man jetzt wiederum für alle möglichen Winkel machen. Das heißt, für 11,5 Grad, für 22,5 Grad und so weiter, beziehungsweise 11,25 Grad. Das heißt, man kann sich die Unterteilung hier beliebig fein machen. Man kann eigentlich hier beliebig viele dieser Komparatorschaltungen aufbauen. Und wenn man jetzt hergeht und die in einem X-Oder blieben miteinander kombiniert, erhält man genau diese Staffelung, diese gestaffelten Signale, diese sich wiederholenden Signale, wie man sie beim inkrementellen, zum Beispiel optischen Lineal erwarten wird. Gleichermaßen kann man natürlich auch optisch diese sogenannte Interpolation durchführen. Das heißt, das hat jetzt nichts mit der Art und Weise, wie das Maßband verwendet wird zum Tun, wie man hier normalerweise vorgibt. Der typische Weg beim magnetischen Maßband wäre aber zum Beispiel auch hier so eine Schaltung zu verwenden, um den Maßstab weiter zu untergliedern. Da wir aber digital mit den Zahlen rechnen können, ist das kein essentieller Bestandteil von so einem Wegenmesssystem mehr, sondern etwas, was zusätzlich eingebaut wird normalerweise. Und man kann gleichzeitig aber auch die Usinus- und Kosinus-Signale direkt aufzeichnen und auswerten. Oder so ein inkrementelles Signal, wie wir hier unten auswerten, je nachdem, was die Ansprüche an die Messung sind oder wie man das durchführen will. Zusätzlich ist es noch so, das, was ich hier in kleinen Schaltbildern gezeichnet habe, kann man als integrierte Schaltung kaufen. Das heißt, so einen analogen Interpolator kann man durchaus als integrierte Schaltung einfach beziehen. Der unterteilt einem dann eine Periode, eine Sinus- oder Kosinusperiode eben in 32, 64 oder je nach Ansprüchen Schritte, kleine inkrementelle Signale, sodass man sich über den detaillierten Aufbau meistens gar keine Gedanken machen muss, wenn man so eine inkrementelle Auswertung dann haben will. again je nach Ansprüchen